Das ist Vogel. Was ist das? Gebrügel? Unglaublich. Oder ist Typ. Okay, Typ ist ein Grüße. Seht ihr den? Äh, ich seh grad frei. Ja, in die Richtung. Das ist doch nach links runtergelaufen. Den DC meinst du hier bei dem Plus 3er? Ja, bei diesem Lager, das da vorne steht. Ja, toll. Vielleicht nehmen wir den anderen See. Ja, wir nehmen den anderen See. Oder wir gehen einfach andersrum zum See. Ja, dann haben wir das Lager auf der anderen Seite des Sees. Ja, dann machen wir... Hallo. Und kaputt. Ja, ich hatte trotzdem Angst, dass ich ein Spawn. Der erste Stürme. Und rein. Nehmen wir den See, den Blackie vorgeschlagen hat. Vielleicht ist der besser. Können die diesmal schwimmen? Weiß ich nicht. Also das letzte Voraus konnten sie nicht schwimmen. Das war sehr praktisch. Ich hab keine Ahnung. Aber ich vermute mal, die Entwickler haben aus ihren Federn gelernt. Wobei sie haben zweites rausgemacht. Nein. Hier oben ist sowas, was ich jetzt mal mitnehme. Ne, ich nehm auch die ganze Zeit Zeug mit. Hier ist das Seil und so. Okay, das ist eine Höhle hier. Aber irgendwas piept hier. Ja. Warum piept hier was? Ah, weil wir hier Dinge gefunden haben. Weil die Seil... Machst du das kaputt? Tschüss, Seil. Warum? Jetzt ist vielleicht ein Abgestütz wegen dir. Ja, will ich noch hoffen. Wieso ist so ein Seil satt? Weil das ein Schokoriegel war. Das hat sie dir das Seil in den Mund geschoben. Ich weiß nicht, warum ich hier das Seil runtergeworfen hab. Ich hab nur das Seil aufgehoben. Ne, Blacky hat's kaputt gemacht. Was ist das dann? Wieso bist du jetzt da runter, Blacky? Weil... Mein Navi sagt, geh hier hin. Tut es das? Ja. Oh, hier gibt's eine Taschenlampe. Uh. Und vielleicht auch eine Leiche, aber ich glaub, der war schon tot. Ja, der ist nicht da runtergefallen. Rundenstein. Runden... Rucki-Tocki. Oh, ja, das ist gut aus. Oh, ich hab von euch jetzt getreten. Was? Ich hab... Bisschen. Warum standest du gerade... Auf... I? Hörst du auf, Polka mit I zu tanzen? Also auf I zu tanzen? Was macht Kevin da? Keine Ahnung. Äh, er folgt uns, glaub ich. I spinn, spinn, spinn. Ach ja, stimmt. Man kann den Arachnum-Modus aus- und einschalten. Ach, egal. Gehen wir mal weiter zum See... Zu dem... Äh, zu dem See, die wir die ganze Zeit gehen. Und gucken mal, ob da noch irgendwelche Freunde sind. Aber, damit wissen wir, die, äh, die Liga-Marken sind Dinge, wo man Dinge finden kann. Hallo Vogel. Das sind Sender, weil wir konnten ja auch den Sender mitnehmen. Ja. Aber ich frag mich jetzt gerade, wieso dieser Vogel gerade durch den Baum geflogen ist. Ähm. Der Baumstamm. Da ist... Er wird seig auf irgendwas. Da ist... Oh, Freunde. Bist du froh? Geh weg. Wer hat mich... Warum hast du mich geschlagen? Ist gut, ich glaub, er ist tot. Okay. Ja. Und dreckst du durch die Gegend. Meinst du jetzt da runter? Ja, er weise ihm Respekt. Okay. Gut. Das hab ich nicht getan, oder? Nein. Das hab ich definitiv nicht getan. Du hast... Warum hast du... Das hab ich nicht getan. Ich wollt's mitnehmen. Ich weiß nicht, warum. Oh, da ist noch einer. Hallo. Hast du's gegessen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich bin nicht mehr hungrig. Hast du wieder ein Seil gegessen? Nein, ich hab kein Seil gegessen. Ach da. Da läuft er oben rum. Von hinten kommt auch noch einer. Calvin, verteidige dich. Au, wo ist er denn? Hinter dir. Ey, Colum. Colum, komm her. Mein Schatz. Ja, Calvin, verteidigt sich. Hier unten ist nur einer. Das Problem ist, wenn man E gedrückt hält, dann... Dann ist man. Statt einfach nur E... Einfach zu drücken. Also mach das Spiel genau das, was du drückst. Ja. Ah, da kommt er ja wieder auf, ne? Probierbare, jetzt ist er weg. Hä? Ja, jetzt ist er probiert. Bedeckst du gehst woanders lang, wo wir lang gehen. Ja, ich glaube, es sind noch mehr da. Ja. Aber wir sollten vielleicht noch zusammenbleiben. Noch. Wo ist er denn? So. Komm mal. Oh. Spinne. Oh. Also sagen wir mal so. Ich habe bei diesem Spiel ungefähr 14 FPS und eine Frame Time vor 30 Sekunden. Äh, 30 Millisekunden. Dann solltest du deine Einstellung auf Minimal unterstellen. Vielleicht? Ja, ein bisschen zumindest. Also ich habe mit der Instellung keine Probleme. Ja, ist ja okay. Mein Rechner ist auch so. Du hast ja auch eine minimal bessere Grafigkeit als ich. Gering fühle ich. Sehr gering fühle ich. Aber sie ist sehr konstant. Also ich habe keine Frame Drops. Das heißt, das ist okay. Okay. Oh, hier ist es hübsch. Ja, genau deswegen habe ich auch die Einstellung auf Maximal gestellt, damit man auch... ...die maximalste Schönheit dieses Spiels sehen kann. Zumindest wenn ich mal woanders hinguck, als auf die Steine, die ich eins habe. Und sind hier auch Fische drin? Ich hoffe, es hat hier keiner reingepickelt. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, beim alten Spiel hatte man einen Cursor. Gibt es hier keinen mehr? Also ich habe bis jetzt keinen gesehen. Also wirft ihr an der Seite, ja. Ich will raus. Ich will... Nein, du kommst da nicht raus. Okay. Ich glaube, da ist irgendwo ein Bewegung gesprungen oder irgendwas. Ein wenig weiter oben. Was ist da? Ein Reh oder sonst irgendwas will gesprungen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht überhaupt gesehen. Oh, hier gibt es auf jeden Fall Spinnen. Ja. Wir gucken bald. Ähm, da steht wieder einer. Ähm, ähm, links, links, jetzt. Ja. Wo ist er? Masken, man ist bei mir. Er verteidigt sich. Das ist ja lustig. Oh, er hat mich gefillt. Mit einem Schlag wohl gemerkt. Ähm, äh, irgendwas hat mich gerade getötet. Ich schreie ganz schön. Ich kann nicht gucken, das ist nervig. Mhm. Das hat mich immer wieder überlebt von euch? Ja. Das war Blacky. Was? Ah, guck mal, hier. Wir haben Freunde. Danke sehr. Da hinten war Dings. Hallo. Oh, alles weg, Tisch, Stecken? Was? Hallo. Äh, wie da? Da ist noch ein Dude hinter euch. Tschüss, dreibein. Okay. Ja, da... Au! Au, ich kann doch... Okay, auf dem Felsen. Kevin, mach das, mach das. Ich muss am Gamma arbeiten. Es ist alles dunkel. Es ist dunkel. Aber ich glaube, es ist Nacht. Nein, es ist noch Tag. Ja, es ist noch Tag. Okay, dann... Vielleicht liegt es daran, dass du noch so ein bisschen... Erlebt ja immer noch. Was? Naja, so, ich habe auch keine Seiteffekte, es sieht ja aus, als wenn es ein Abend wäre oder so. Ja, ich habe auch so. Und das macht mir Tuck, 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 Tuck. Habe ich keine. Äh, ganz am Anfang konnten wir welche einsammeln. Ja. Ja, habe ich keine. Habt ihr Tabletten? Äh, kann ich die Rollstuhl schießen? Ja, ich weiß aber nicht, ob wir irgendwie... Was macht ihr? Wieso knie ich euch hin? Äh, okay, wenn man draufklickt, dann nimmt man sie automatisch, das war jetzt doof. Jetzt habe ich keine mehr. Also, ich weiß nicht, wie ich sie dir geben könnte. Okay, na dann. Ich meine, hinterher gibt es, äh, Sachen, wo man sich so Sachen hinstellen kann. Also, Regale und sowas kann man bauen, aber das dauert, glaube ich, noch. Ja, wir sind nicht schnell. Jetzt mach ich die Regel, vielleicht hilft mir. Ach, noch einer. Ich wollte gerade sagen, seit wann lacht es so ein Stein? Ja, den sehe ich jetzt zumindest so halbwegs, nachdem ich die Eiligkeit und so weiter hochgestellt habe. Oh, und wenn wir weiter den Weg entlang gehen, da ist dann noch einer. Da unten sind sogar zwei. Ja, wir wollen aber danach eigentlich. Wow. Wobei, ich sehe gerade in meiner Referenz, äh, Monitor, es ist, warum ist das auf meinem Monitor so hell, äh, so dunkel? Ich sehe ja fast mehr auf, äh, in meinem Steam, weil, äh. Das kann ich dir nichts sagen, vielleicht geht der Monitor kaputt. Das wäre eine Option. Dann. Oder du bist an einen Regler dran gekommen, keine Ahnung. Nö, das finde ich wirklich nicht. Geben wir weiter. Ja. Einmal stehen. Wir gehen weiter. Und wir werden noch beobachtet. Ja. Hinter dem Baum. Ja, das soll sein, gucken. Okay. Also ich sag mal so, ich hab jetzt, äh, mal FSR aktiviert, das ist schon mal besser. Okay, vielleicht muss ich doch was an den Einschüllen finden. Den hab ich gesehen, als er neben mir stand. Ist ja auch dunkel jetzt. Okay, jetzt ist dunkel, dann darf ich dich sehen, das ist ein Orbo. Dann beeilen wir uns doch mal zu sehen. Wecky, wir laufen den daher. Außer Sat. Der läuft vor. Der läuft vor, ja. Besonder. Hab ich hier vielleicht irgendwo. Oh, was bist du? Okay. Dann kommt was von rechts. Ach, das ist Calvin. Und links. Von links. Das ist nicht Calvin. Ich hab's getroffen. Alter, das ist die Kacke. So sehe ich mehr. Warum hast du ne... Leuchte mal. Ja, weil ich die Tasche... Da ist das von den Typen. Es hat gerade was von Fasmon, muss ich sagen. Ja, ja, nur die Grafik ist besser. Und die Geister schön sind. Wie alt bist du? Ich hab's getroffen. Ich auch. Nochmal. Ich hab das gelaufen, das F zu drücken, aber es hilft nicht. So, jetzt zieht's. Hier ist nur einer. Ja. Ja, mindestens noch hinter uns ist auch noch was. Hat auch noch was geschrieben. Ach, das ist Calvin. Da kommt noch einer. Aua. Ach, das ist kiffig, nach toll. Immer noch ein paar Mal mehr drauf bauen. Sind bestimmt Zombies. Wieso hab ich denn jetzt dabei? Ich wollte ihn nicht mitschleppen. Verpiss dich. Hinter... Da ist das noch einer. Dies Spiegel hat einen Stahl oder so ähnlich. Gut, da kam auch. Nö, da ist noch einer. Hinter uns. Ah, danke. So. Den da wiederbeleben und den nicht in den Rucksack gucken. So. Der ist tot. Der hat keine Arme mehr. Ich weiß dummerweise nicht in welche Richtung wir müssen, deswegen... Nein! Ja. Oh, da ist noch... Ah, wow. Okay. Warum? Ich... Hallo, Blondi. Also, ich find's auch dunkel. Ja, mittlerweile darf's ja dunkel sein. Ich hoffe, die... Ich sag mal so. Ich hab jetzt auch keinen Hunger mehr. Also, ihr müsst mir den Weg zeigen. Du hast von denen gegessen. Was? Du hast von denen gegessen? Oder warum hast du keinen Hunger mehr? Äh, vielleicht... Okay. Ich wollt's ja nur wissen. Also, irgendjemand muss vorgehen. Äh, ich kann... Ja, okay, ich geh vor. Gut. Weil ich kann... Vielleicht möchte dann einer von euch nach vorne und einer nach hinten. Ich bin vorne. So, jetzt müsst ihr mir sagen, wo lang. Ja, deswegen gehe ich ja vor. Du sollst nur noch dann nach vorne leuchten. Nee, das kann ja nur... Das kann ja nur satt. Nur satt hat die Taschenlampe. Nö. Du hättest ja auch mit ihm können. Ja, aber dann hat doch trotzdem nur einer die, oder? Nein, das ist für alle. Drück mal L. Ja, da hab ich das da. Ja, ist zumindest etwas. Aber ich find's gerade schön, dass ich... Äh, Kelvide angeleuchtet hat mit... Drück mal L und er klopft sich gegen den Kopf. Ah, schön. Es geht bei ihm nicht. Jetzt müssen wir links, oder? Oh, ein Chörnchen. Chörnchen? Chörnchen. Wir hatten gerade ein Chörnchen. Buch. Ah, wie kommen wir nicht raus? Ja, was geschrieben. Ich war's nicht. So, hier haben wir einen See. Ich weiß, irgendwas hat geschrieben. Ja, wir sind beim See. So, wo wollen wir anfangen? Äh... Da kommt noch was. Ich will gerade sagen, ich muss meine Meter verteidigen. Da kommt noch meistens einer. Ach, nein, das ist Kelvin. Zwei. Einer ist tiefer im Wasser. Ach, im Wasser? Einer ist im Wasser gestorben. Also, er konnte zumindest nicht schwimmen. Das ist gut. Hallo? Das ist der Abfluss vom Wasser, oder? Ich glaube, sie. Ja. Es gibt Enten, wo das hört sich zum Nusser an. Gegenüber ist quasi im Wasserfall... Da kommt quasi frisches Wasser rein. Hast du nicht gesagt, mit dem Skollrad kann man suchen, wenn man auf der Karte ist? Ja, wenn du drauf drückst, nicht, wenn du drehst. Was ist das denn für ein Quatsch? Ah, okay. Es gibt... Naja, es gibt drei Zugänge, drei Zuflüsse. Nachdem würde ich sagen, oder? Ja, das ist quasi wie in der Standkleife. Da gibt es auch immer drei Zuflüsse. Wollen wir in den linken? Wollen wir links um den See rum oder rechts um den See rum? Ich laufe gerade, der geht hinterher. Okay, rechts. Dann... Röchte ich mal ein bisschen, rosa. Oh. Okay, das kann man nicht essen. Ich bin, dass du das ausprobierst. Ich zitiere beim Charakter. Ja, also ich würde sagen, hier ist schnuckelig, hier können wir... Deswegen mache ich das anfang, oder? Oh, guck mal, eine tote Schittgröte hier. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Na Gott sei Dank war sie schon tot. Ja, dann machen wir hier. Was brauchen wir denn? Platz. Ja, hier schön. Platz. Auf jeden Fall. Jede Menge Bäume. Ich fange an, alles ist absurd. Äh, Calvin. Ich weiß schon, du kannst... Hol... Stämme und... Fallen lassen. Oder so. Calvin ist glücklich, der hilft. Toll. Die Paube hat ganz schön was aus hier. Oder mein Max ist scheiße, oder ich mach was falsch. Ich glaube, es ist ein bisschen aus... Adam. Die Antwort ist, dass sie ja. Ja. Klopfen wir doch erst, dass wir wieder ausmachen. Ja. 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 Ja.